und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von ich fühle gerade völlig neben mir weil wir jetzt ein paar tage nicht mehr gespielt haben ach so wir haben die sachen hier liegen wie ging das jetzt noch mal du musst das mitnehmen ich nehme den schlüssel mit e ok kann jetzt von rechts oder kann man von rechts wir müssen darüber also ihr merkt schon wir haben alles voll im griff wir haben keinen plan mehr was wir überhaupt gemacht haben da ist eine verschlossene tür ging das noch ach ich weiß warum das nicht funktioniert wird sie nicht über anklemmen noch mal ich weiß gerade so mit ich weiß gar nicht ob er das annimmt ich glaube nämlich nicht wenn wir keinen neustart machen ich probiere es aber trotzdem einen kleinen moment so technische probleme aber wir sind wieder da meine schaufel gibt mir den schlüssel der nimmt jetzt ich gehe jetzt hier durch was du machst ist mir egal ich bin vor dir aber ist egal ah scheiße geh da runter ich glaube ich bin gerade gestorben weil du mitgekommen bist aber nein du bist nicht gestorben bist du ein mönch die können nicht sterben die werden 120 jahre alt ich war weg sind da unten immer aber aber müssen wir hierhin sicher dass wir von hier ausgekommen sind nee wir waren bei der zeitreise da hinten aber wir müssen ja wir müssen wieder die zeit oder nee nee die zeitreise war fertig jetzt in das haus würde ich hier ne geh du hast ja schon den passenden schlüssel zudem kann ich auch nicht gehen der pennt hier und gehen wir dahin lang jetzt kommt hillbilly ja aber wenn der mitkommt da müssen das erwartet so warte mal kannst du natürlich natürlich ich gehe alleine machen einfach den schlüssel rein es wäre natürlich auch möglichkeit und jetzt falle ich herunter ich würde sagen ich gehe jetzt kaputt wahrscheinlich oha der zoo wundersen terrible beauty behind unbreakable steel bars das macht mir ein gewissen sorgen was ich will nicht ich will mich in den so habe ich mich erschrocken aber du bist ja habe ich mich erschrocken wie der dich gegessen hat sie also tut uns leid liebe zuschauer gameplayerin ist leider tot ja irgendwie jetzt hast du mich da drüben gelassen kommst du nicht mit ja ich wollte ja ich wollte ja ach wie das sieht aber irgendwie nicht gesund aus warte ich probier mal doch ich kann aber da rein kann ich den ganz so glaube ich nicht zu nahe was ist das lassen hinten eifersucht sitzt tief und wer wärs mal wieder der ep natürlich ich werde alle elektrisieren ich gehe runter ich gehe runter da war ich nur nicht ich bin gerade mit deinen namen springen mein nänä hi podcast day five forty one the crystal cave monster escaped again she still hungry so i'm camped out near her favorite food when i hear her shriek and roar the hunt is on okay ich nehme das gerät mit ich weiß nicht genau wofür ich gehe mal weg weil das wirklich ja okay warte dann will ich hier nicht hin das ist mir zu gefährlich ich gehe runter was soll ich jetzt mit dem aufnahmegerät hier unten nehmen wir das halt das mal fest einfach zu mir da rote ist nichts ein plan entsteht wir haben aber null plan was wir jetzt gerade machen müssen das ist das problem da ist ein klavier das soll sie nicht auf die auf das ding stellen die ist sehr brüchig aber das schild geht da unten entlang also wir müssen da nicht runter ne ja jetzt was du sagst ich muss ja mal diesen bluten pfeil wechseln nein nicht schon wieder ich denke mal du musst irgendwas mit dem tonband ich komm auch mal mit mein Bruder ich komm auch mal mit mein Bruder ich bin wieder da sie lebt doch noch ich sag doch die sterben nicht was ist mit dir willst du jetzt hier rüber kommen oder ja du lässt mich ja nicht ja entweder kommst du mit oder nicht ach so ich muss ja so wechseln also der auf der kassetten hat keine er hat keine batterie wir brauchen eine batterie links ist ein haken können wir ja nicht benutzen aber hier ist was zum springen okay nein ich bin ganz runter gefallen du kriegst das nicht hin natürlich guck mal ich warte so lange auf dich hä ja ich bleib bei meinem ja der kann nicht sprechen der kommt da nicht das ist so schwer der hillbilly ja der kann nicht springen du musst es alleine machen das ist ganz wie ein piepenkopf hier oh doch du bist nur diejenige der nicht springen kann das hätten wir doch alleine machen können los zieh mich hätte ich ja zieh mich schieb mich oh tschüss scheiße du wolltest mich umbringen das habe ich gemerkt andere seite oh jetzt bin ich tot danke äh was ist da passiert komm mal runter mit deiner schaufel du mönch ja ich kann ja irgendwie wieso ist der jetzt hier links ich denke wir müssen das aber noch da machen mann kannst du mal aufhören da hallo gehst du mal von der leiter runter oder ne müssen wir nicht ja das war halt sehr interessant ja aber unten ist noch was vielleicht kommt man da runter kommt man da hoch achso schieb mich das könnte natürlich sein ich springe auf den korb was ist denn da na ein hebel ach damit kann man okay damit kann man den warte mal ist hier hinten noch was ja du bist da mit deiner schaufel und leiche da ist zu ende aber da geht's noch rund ach ach wo kam die her ach die leere batterie ach warte mal ne leere batterie hat er gesagt ich denke mal nehm du mal den system weißt du wie aufladen an einem ladegerät ach ja ich krieg gerade augen ja dann gehen wir da hoch ich bin ja schon hier oben das waren wir uns nicht so ein pp punkt punkt es ist wie bei uns mangelnde harmonie ja das stimmt ganz nicht mal das weg das 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 weg das weg das wola steht batterie auf das kümmern aber das bringt uns ja nichts wo waren diese elektrisch sind das denn jetzt noch hier wo waren die elektro dinge diese komischen ok ich wollte über dich drüber springen du ach wie kommen wir da hin wie kommen wir da rüber wieder wir müssen auf die andere seite wir sind doch hier ja aber äh ach die kann ja unten entlang gehen sag das doch ja keine ahnung und auch ein nehmischer ach ok ich geh wieder zurück war ein versuch wert ne also ich denke wir müssen nochmal zu diesen aalen dahin diese zitteraale die machen doch strom damit können wir bestimmt die batterie aufladen die aale ja hast du irgendwo sonst ein ladegerät oder irgendwas gesehen aber wo waren die nochmal waren die hier oben achso ich muss ja warum glaube ich dagegen ja ich bin gerade ne das war doch bei ihr auf der seite oder ja das war bei ihr aber wie kommen wir da hin vielleicht warte mal achso ich kann nicht nein nein ich kann dich doch runterfahren ich schieb den mal weg ne kannst du nicht doch 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 geh mal auf das ding kann ich mich doch nur hochfahren mit dem teil nein jetzt kannst du runter geh mal runter achso ja freiheit warte mal und du hast da auch nen hebel äh jetzt komm ich nicht mehr zurück warte mal ich komme nicht mehr zurück warte ich komme sofort hey was war das denn so der verschmähte verehrer bin ich das nein das hebel wie soll ich jetzt sehen nein noch nicht kannst du jetzt mal das ding hier aber du kriegst es gerade ja aber hier kann ich nichts machen doch den hebel ja aber da geht nur das untere hä oh man schwitze ich weg nein 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 du bist schon wieder nein ich will die dinger wieder auf nein 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 warte mal sie kann auch da durchschweben meinst du aber sie kommt ja gar nicht dahin aber das bringt uns natürlich nichts weil der hilbel hier darüber muss ne der muss doch ins wasser oder oder können wir das mit jedem machen warte mal ich komme mal rüber aber sie muss das doch selbst auch alleine können wenn sie die batterie nimmt die du loslassen solltest mal nebenbei bemerkt da ne du stehst ja schon da warte nein jetzt wieder loslassen du musst dich erstmal angucken ich weiß nicht wo du bist hallo ach du hast den jetzt nein ich habe ihn jetzt zweimal auf den Münch gedrückt das bin ich ja nicht also wir müssen dreimal drücken damit du da bist warum mache ich dir das eigentlich wenn du da drückst weil ich es kann die hat echt knackigen Hintern äh war das hier ja nur hier oben und dann äh ja genau wir legen es nicht runter äh ja ich habe gerade Augenkrebs das ist wieder so verpixelt der Mist hä wieso geht das nicht weiter hoch ich sehe es nicht richtig nein ich sehe es nicht weil du unten bist ja das sehe ich dass ich runter gehe aber ich komme nicht rüber pass auf pass auf stopp jetzt rechts rüber springen ja einmal nein 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 das geht nicht bleib doch mal da stehen wo du warst so und jetzt jetzt sehe ich es wieder das Ding war weg diese um diese Plattform war weg diese technischen Probleme haben wir ständig mit äh aber sollte das sollte das nicht der Dings machen das weiß ich nicht probier es einfach mal aus ist das jetzt aufgeladen ne ne doch doch ach so ich dachte du musst die da reinwerfen oder reinwerfen oder so ja ich ich musste mit da rein ok dann komme ich nochmal zurück jetzt sehe ich auch wieder gut was das ist wieder gut hallo monstern hallo monstern aua ähm jetzt müsste ich aber warte mal du bist da unten mit dem aber das Ding muss doch wieder hier hoch oder ähm musst du nicht wieder hier hoch mit dem Teil hm ach so ja das muss hier in das Ding rein ne ach pass auf dann weiß ich was ich mach hör du mal geh du mal da durch ne 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 mach das hier 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 ja wieso du musst mir die Batterie geben ja aber du wo die Batterie kann ich dir geben geht ja nur um die Batterie und jetzt äh keine Ahnung nein nein ich denke mal du musst da durch aber wir müssen mit der Batterie was machen äh mit dem Kassettenakorder müssen irgendwas aufnehmen oder so oder abspielen gerne lass dich mal durch ich will aber mit hm aber was sollen wir ja auch was können wir aufnehmen du kannst die Hupe aufnehmen von dem Clown der war doch am Rufen ja guck mal man soll keine Töne ach das Klavier heißt man soll keine Töne machen und man soll nicht schwere Belastungen machen ok das heißt du musst aufnehmen naja ich glaub der der schiebt dich rüber ne ne es geht nicht geh mal zu dem Clown warte mal warte mal wie kommst du da hin ähm der ist aufgenommen ne 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 ich weiß wie du da hinkommst hm komm mal hier rüber naja du sollst hier zum Clown kommen ne 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 du sollst hier zum Clown kommen das geht ja ja weil der doch die Hupe hatte vielleicht noch mal dieses Map Map ja aber und ich denke mal wir müssten damit das Monster erschrecken ja aber wieso das Monster erschrecken damit das irgendwas anderes macht mach mal ich häng mal hier ab solange ne ne du musst du musst das jetzt benutzen mit dem nein ja benutzen es mit ähm x ne das mach ich die ganze Zeit was glaubst du was ich hier mache hm kannst du das abstellen irgendwie hm glaubst du was ich hier mache aber aber er zeigt auch nichts mehr an eben hat er ja was angezeigt ah jetzt jetzt äh hup mal hup mal äh okay aber jetzt leuchtet das nicht mehr hä äh ich hätte ich komm verstanden habe ich es jetzt nicht wirklich aber doch es leuchtet da guck mal es leuchtet rot jetzt leuchtet es wieder hä wir müssen jetzt guck mal ob du den verschrecken verschrecken kannst ich vollstrecke dich jetzt ne kannst du das da hin machen oder müssen wir auf die andere Seite warte warte ich mach nochmal auf ich mach nochmal auf den Hebel hier und bleib mal da hängen ne so geht es nicht da muss man ein Stück näher kommen auf das Ding bitte ja ich kann ich sehe ja nichts so so jetzt kannst du runter ich will mit willst du mit weil ich dich kontrollieren muss du bist der Mönch ja eben warum willst du da mit mach mal den Ton hier auf der Brücke weil das ist ja da du hast gesagt ich soll den erschrecken ja der wird dich rüber ziehen der wird dich rüber ziehen ne 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 hier passiert nichts ja geh mal zur Brücke also war das war das nicht richtig was stell das mal hier hin kann ich nicht nein oder müssen wir die Schüsse vielleicht oben aufnehmen kannst du es abstellen stell es mal ab guck mal mit nein du musst es abstellen was willst du aufnehmen da oben da war nichts hab ich dir gerade gesagt ach von der Trulla ok ok ja vielleicht wenn die schießt oder so naja die schießt die schießt scharf das weißt du ne ok du bist erstmal da ok stell ja aber wie gesagt ich denke mal du musst uns da hinstellen stell ja wenn es nicht funktioniert funktioniert es nicht wie du siehst nein ich meinte ja dass du es leg es mal ab mach mal B äh Entschuldigung A siehste der ist immer noch im Aufnahmemodus ne ne der ist immer noch im Aufnahmemodus irgendwas haben wir nicht richtig gemacht wir müssen da noch was aufnehmen drauf ach oder musst du dich warte mal komm mal her äh bleib du bleib du mal hier auf der Seite eben oder muss ich das hier hin vielleicht stellen wenn er mich rüber zieht ne oder ja aber der Typ macht doch gar keine Geräusche richtig mach mal äh ah siehste dann nehme ich das mit ja was machen wir jetzt damit und bin weg ja toll äh okay also er hat es abgespielt aber ach oder muss ich das vielleicht zu der Trante da oben bringen dass die kommt da kommt die runter und jagt das Tier die brauchte doch einen Beweis war das nicht so dass die einen Beweis brauchten warte mal ich nehm's doch ich nehm's doch mal mit weil ich glaube die hat irgendwas gelabert dass sie einen Beweis braucht dass der da unten ist man dieses gedüddl das geht mir auf den Düdel du wolltest die unbedingt haben ja weil ich die mal spielen wollte ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht sonst bist du gleich tot aua wenn ich hören will muss fühlen ich probiere es noch einmal auch wenn die doof ist die eine hä wieso wirft ihr es nicht hin jetzt geht ihr mit runter und jagt das Biest und wird gefressen von dem Biest hoffentlich du bist ja nett ja ich komm nicht mehr weiter äh wo ist die hin hä ähm ok warte mal ich wechsle mal hier auf der mit mich ist da der ist hier oben aber wo ist die hin ich guck mal kann das sein dass die weiter gelaufen ist ja oder wir müssen das Biest doch rüber locken kannst du mal da hoch gehen Tante oder warte mal oder muss die weg sein damit du oben irgendwas holen kannst vielleicht ach ne ich muss das Hotdog doch holen ah ja ja das Hotdog oder der Hotdog den Hotdog oder die Hotdog 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 aber da muss ich ach vielleicht kannst du den so anlaufen ja ja all of that for a frankfurter mhm Bier ist immer gut jetzt nimm es hallo wieso nimmt er das nicht weil du die linke Taste drücken musst ich ne da das kann ich nehmen aber das Hotdog will er nicht ach komm nein nein keine Ahnung weiß ich nicht ich habe irgendeine andere Taste gedrückt und dann bin ich da kaputt gegangen äh ich weiß aber was du machen musst was denn ähm du musst den anlocken wahrscheinlich weil der so schwer ist dass du mit dem zu der Brücke irgendwie laufen musst wieso nimmt er das blöde Ding wieso nimmt er das blöde Ding weil er vor dem Automaten ist ich wie haben wir das nochmal gemacht bei den anderen ja einmal springen und dann nehmen aha aha okay ja sag mir das doch glaub ich doch zu späh und derzeit hätte ich dir drei von den Frankfurtern essen können Bio-Frankfurter Bio-Frankfurter die Frankffurter sind nicht Bio hätte natürlich auch Hamburger sein können oder Berliner aber nein du nimmst die Frankfurter aber wenn ich das jetzt da hinwerbe uah geh 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 nein er geht wieder weg seit vier der beiß dich noch ach da bin ich yo warte ah hier fuck ich hab das Würstchen noch in der Hand jetzt hab ich die Schaufe nicht mehr ja da kommen wir nicht weiter und wir sind hier keine Ahnung wo wir sind aber beim Tor des Meisters das klingt irgendwie nach mir und ich würd mal sagen da das jetzt ein neuer Abschnitt ist mit dem Würstchen in der Hand machen wir einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dann ciao bis dann ciao bis dann ab bis dann auf bis dann